Musik 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 Das Restaurant Werdedil und Einkehr hat den ersten Platz beim internationalen Gourmet-Test in Linz erreicht. Getestet wurden nur die Besten. Von 112 Empfehlungen wurden 31 Gourmet-Betriebe in Linz von insgesamt 95 anonymen Testern getestet. In einem Zeitraum von 6 Monaten sind die 10 Besten nach den anerkannten 20 Gourmet-Kriterien zertifiziert worden. Musik Von möglichen 24 Punkten hat die Werdedil und Einkehr 21 Punkte erreicht und wird mit dem Traum-Gourmet-Titel ausgezeichnet. Musik Der Eingangsbereich ist in zwei Restaurants aufgeteilt. Das Nobel-Restaurant Verdi und die gutbürgerliche Küche der Einkehr. Musik Der Service ein Traum. Freundliche Einweichung und Bedienung bis hin zur Matelabnahme. Musik Eine kleine Appetit. Und dann kommt schon der Gruß aus der Küche. Und weiter mag ich gar nichts verraten. Denn Vorspeise, Suppe, Zwischengericht, Hauptspeise 1 und 2 und das Dessert. Ein Dankeschön an die Küche. Musik Denn alles war ein Gedicht der Wahnsinnsklasse. Musik Das Restaurant Verdi-Dile und Einkehr ist zur Zeit das Beste, was Linz an der Donau zu bieten hat. Musik Perfekte Speisen vorbereitet vom Koch, wunderschön präsentiert und liebevoll gewohnt. Musik Sehr zu empfehlen für einen romantischen Abend zu zweit mit einem traumhaften Blick auf die Stadt Linz. Musik Mein Name ist Petra Borchers und ich bin gebürtig aus Köln, oft genug hier in Linz. Und ich freue mich Sie wieder begrüßen zu dürfen, vielleicht sogar in der Verdi-Dile und Einkehr. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik